Liebe Leserinnen und Leser von Leimen lokal, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie in dem riesigen Archiv dieser Zeitung, immerhin inzwischen über 5000 Artikel, gezielt nach einem speziellen Artikel suchen können. Hier im oberen Bereich befindet sich, leider etwas schwer sichtbar, die Lupe und das Suchfeld. Hier können Sie den Cursor reinsetzen und nach einem beliebigen Begriff das gesamte Archiv durchsuchen. Wir hatten neulich einen Artikel über so eine Arnold Schwarzenegger Taube. Wie der Artikel so genau hieß, daran erinnern wir uns natürlich nicht. Also suchen wir. Wir geben mir einfach mal den Begriff Taube ein und drücken Return und schauen, was zurückgegeben wird. Und ist der Gesuchte. Ein Klick und man ist dort. Eine andere Möglichkeit, einen Artikel wieder zu finden, gibt es über die Rubrik. Rubriken finden Sie hier im oberen Bereich. Alle Artikel werden mit einer oder mehrerer Rubrik versehen und sind so auch wieder auffindbar. Wenn wir zum Beispiel uns über die Bundesliga-Gewichtheber des AC Germania informieren wollen, also alle Artikel, die diesen Verein betreffen, auffinden wollen, dann ist Vereine die richtige Rubrik. Da es sich um Sport handelt, steht der AC Germania hier unter Sportvereine. Mit einem Klick hier erhalten Sie zeitlich sortiert eine Liste aller Berichte über den AC Germania. Der jüngste Bericht steht oben und Sie können hier nach unten rollen, bis Sie das Ende der Seite erreichen. Und da über den AC Germania mehr als nur eine Seite von Berichten zur Verfügung steht, können Sie dann hier im Archiv weiter nach hinten gehen. Nächste Seite. Also alle Rubriken finden Sie hier oben und Sie können hier direkt auf alle Artikel einer Rubrik zugreifen. Ich möchte Ihnen noch eine weitere Möglichkeit aufzeigen, gezielt an Informationen in unserer Zeitung zu gelangen. Wenn Sie auf der Seite 1 nach unten rollen, dann finden Sie hier den Fotoslider. Alle Leitartikel befinden sich auch mit Ihrem Bild hier im Fotoslider. Durch diesen Slider können Sie durchklicken. Mit jedem Klick kriegen Sie jeweils die nächsten 5 ehemaligen Leitartikel als Foto angezeigt. Natürlich können Sie vorwärts auch wieder klicken. Unterhalb dieses Artikel-Sliders finden Sie die Terminvorschau und Berichte aus den Vereinen. Hier werden natürlich nicht alle zukünftigen Termine angezeigt. Das würde die Seite 1 sprengen. Sie können allerdings sich alle Artikel, die in der Terminvorschau sind, anzeigen lassen, indem Sie auf Terminvorschau klicken. Das wissen wahrscheinlich viele nicht. Ein Klick. Und Sie haben jetzt die vollständige Liste der bei uns bereits avisierten Termine. Natürlich können Sie das gleiche auch aus den Vereinen. Alles was dort als Artikel veröffentlicht wurde. Oder weiter unten kommen dann die Bereiche Gewerbe oder Veranstaltungsberichte. Besonders die Veranstaltungsberichte, die etwas ausführlicher sind, interessieren viele Leser. Also klicken Sie ruhig einmal hier, wenn Sie mehr als die auf der Seite 1 befindlichen 6 Veranstaltungsberichte angezeigt bekommen wollen. Schauen wir uns mal die Leimler Mini-Trucker an. Hier können Sie etwas für die Erhöhung des Bekanntheitsgrads von unserer Internetzeitung tun, indem Sie ganz nach unten unter den Artikel gehen. Hier kommt jetzt erst nochmal eine Bilderstrecke, dann kommt ein Video, dann kommt unser großer Werbeplatz für Plakate, der von Vereinen sehr gerne genutzt wird. Und ganz unten finden Sie das Facebook-Symbol. Klicken Sie doch einfach mal hier rauf und posten Sie den Artikel in Ihrem Facebook-Profil, damit auch Ihre Freunde und Kontakte auf Facebook die Möglichkeit haben, diesen Artikel zu sehen. Einfach Link teilen drücken und dann erscheint das in Ihrem Profil. Darüber würden wir uns besonders freuen. Danke schon mal im Voraus.